Musik Tatsächlich habe ich über mich gelernt, dass ich aus mir rauskommen kann und einfach auf Menschen zugehen kann, telefonieren kann, also ja auch einfach mal selber was in die Hand nehmen kann. Am besten an meiner Ausbildung gefällt mir, dass man einen Blick in die verschiedenen Abteilungen bekommt, dass man freundlich aufgenommen wird und ja in einem super Team arbeiten kann. Musik Morgens schauen wir, was für Aufgaben für den Tag anstehen, dadurch machen wir jeden Tag was anderes. Ich habe bei Schunk viel Freiraum, wie ich meinen Arbeitsalltag gestaltet, also ich kriege halt Aufgaben, aber wie es mir jetzt ein Teil ist, eigentlich mir selber überlassen. Die Wertschätzung, die merkt man vor allem daran, dass man selbstständig Projekte bekommt, die den eigentlichen Ausbildungsrahmen teilweise sprengen und dann halt schon eher fürs echte Leben oder für die Arbeitswelt einem später wirklich hilfreich sind dann auch. Ich bekomme viel Vertrauen entgegengebracht, auch was der Umgang mit Werkzeug angeht, da wird schon darauf geachtet, dass ich das selbstständig löse. Das Besondere an Schunk, das ist die Gemeinschaft. Wir sind einfach füreinander da. Es ist, wie man es halt sich in der Familie wünscht. Jeder hat ein Ziel und zwar Schunk voranzubringen und dass man miteinander arbeitet und dass man einander hilft, ja, einfach kollegialisch. Bis zum nächsten Mal.